Wir machen den als letztes, das sind die 4 Reel Öffnungen hier, ich muss die nach am Arbeiten, hab Spätschicht grad, musste ich einfach da schon öffnen, einen muss man immer öffnen, wenn man einkauft, sonst wird man wahnsinnig Leute, dann schauen ob mein guter Klausi mir Glück bringt, ein Schlickta, ein Potrot, den mag ich ganz gerne, die Weiterentwicklung haben wir glaube auch schon, Magnetern geht natürlich immer, wäre cool, wenn das der seltenere davon wäre, ein Terrat, ah ja, Sonfehl, ein Nasignet, ein Flunkkiefer und, ein Hallu-Ohr-Scheiße, Hallupeno, die sind leider ziemlich beschissen, kacke, egal, wir haben hier noch 3, so wir haben hier noch einen dicken, die sind glaube beide sogar dick, gucken wir mal, vielleicht kann man ja mit denen mehr klicken, dann werde ich mir mehr Dicke holen, ich glaube ich werde mir dann einfach mehr Dicke holen, ich hoffe die Tonqualität ist ok im Stream, hab das Mikrofon einfach gut rum baumelt, ein Mobile, finde ich süß, in der Ecke kann man auch gut ein Leta King Farmen im Spiel, das ist super, ein Gehweiher, süß, ein Zoolord, ein Granbull, ah den, falschrum rein, oh, ah, oh, ein Delfinator, davon haben wir schon einige, ganz nett, ein Bautz, hübsch, hübsches Artwork, schön, schön, den, oh, ein Knattertox, was, Knattertox, haben wir es, nicht schlecht, nicht schlecht und noch eine Wasserenergie, ein Knattertox EX, das ist schon mal ein kleiner Hit wenigstens, kam natürlich auch aus dem schönen Pack, ah, falsche, ok, jetzt hauen wir hier noch rein, oh, das könnten schlechte Hits sein, oh, das wäre gefährlich, und die will echt gar kein anderer, ich will eigentlich nur diesen, Dragoran, Leute, der ist nicht mal so wertvoll, aber ich will den haben, ich liebe Dragoran, Leute, Zapplaradin, Dragoni, Boink, Bumpitz, ah ja, der ist schon mal nicht hässlich, haben wir da, den ersten Reverse Holo, da Lobo, und Zackrunz, und ein Voltolos, ist ein legendäres, aber leider ein semilegendäres, und dann sind wir schon beim letzten angekommen, Leute, ich glaub's ja nicht, komm schon, ein fetter Hit, ein fetter Hit wär cool, Leute, ein fetter Hit wär wirklich cool, komm schon, Dragoran, gib mir den Dragoran Pack, gib mir das Dragoran, Monifras, Yorclef, komm schon, Baby, ein schönes Diktree, ein Friedwurf, und den Hasen, ein Krabbox, oh, den finde ich echt ganz cool, ein Schmerbe, und der letzte ist noch ein Delfinator, ja, das ist nach hinten losgegangen, leider, so, 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 so,